Ich begrüße euch zu unserem Interview über Facebook. Ich stelle ein paar Fragen über Facebook an meine Mitschüler. Sehen wir, was gefällt Ihnen auf Facebook? Ich finde es auch so gut, dass man auch chatten kann, mit anderen, also eben chatten und schreiben und zueinander auf die Pinoinschreiben und so, wenn man auf die Pinoinschreiben kann. Aber Adrian, warum ist das bei Facebook? Ja, bei Facebook, das ist es. Mit anderen Leuten kennenlernen und mit Freunden chatten. Ja, warum ist das bei Facebook? Als ich meine Freunde hier habe, dann habe ich hier die Lacken, ich kann es auch mal ausprobieren, dann habe ich das auch mal probiert. Wanneer haben wir auf Facebook, das ist es? Nein, Facebook kostet Facebook. Was sagen meine Leute dazu? Ja, sie sagen, das sind ja auch gute Sachen und wir, äh, unser Leiter werden zu viel, zu viel darin setzen. Ja, das war unser Interview über Facebook. Vielen Dank.